Da gibts die ja auch, wachsen die ja auch so zu sagen. Irgendwie gestript. Hallo! Alter, hier ist grad dezent eng. Ich hab Platz angeschaut. Man könnte beim Minecraft nicht durch andere Personen laufen. Das wär so gescheitert. Wo ist der Lavasee, den ich löschen soll? Einfach uns folgen. Hast du dir ne Eisenrüstung gemacht? Na klar. Unnötig. Das ist das Eis noch erstmal für Wichtigere. Oh, Benchmarking. Ich bin wichtig. Der war gut, gell? Warte, wir können ja mal kurz Achievements gucken. Wann können wir denn... Das war doch das mit den zwei Diamanten, oder? Oh nein, Leute, ne? Was ist denn? Hättet ihr mich eben machen lassen? Ich hätte jetzt Diamonds kriegen können, das Achievement. Ja, hab ich auch. Oh, Obsidian, Leute. Geil. Oh, willst du, Leute? Geil. Der läuft bei uns. Uh, uh, nein, 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 nein. Wasser, Wasser, ich brauch Wasser, ich brauch Wasser, Wasser, Wasser. Oh, danke, Alter. Vielleicht hast du noch, du, gell? Hier ist ein Zombie. Ich hab nur drei Herzen. Okay, ich hab geleckt. Was? Was? Ja, ich wollt vor allem aus der Lava raus, weil sonst wär mein ganzes Zeug weg. Ey, das kann man vorstellen, ja. Einer von euch macht immer links die Fackeln, oder? Kann das sein? Also ich nicht, ich mach die eigentlich standartmäßig rechts. Ich mach die Fackeln eigentlich random. Ja. Äh, ja, wenn man in der Höhle ist, besonders ohne Karte, macht's Sinn, sich abzusprechen. Oh, Diamanten. Echt? Ähm, die, ja, äh, die Fackeln auf eine Seite zu machen, damit man wieder zurückfinden kann. Sehr gut. Weil, wenn jetzt, wenn man die Fackeln immer auf der rechten Seite macht, weißt du, dass der Rückweg ist, wenn die Fackel auf der linken Seite hängt. Orientierung ist für Loser. Wir sind jetzt Loser-Team. Ähm. Das sind Dias! Ohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho okay also ich habe jetzt drei jemanden in mich der zwei diamanten das reicht doch schon für ein zaubertisch ich habe ein schwert nein junge kein schwert werde erstmal unnötig also aber guck mal guck mal wie die reagieren das ist so lustig das ist echt geil deswegen wollte ich ja ich hab doch aber schon ich hatte kein workbench gebaut deswegen egal aber aber ich habe jetzt nur dir pick es wurde die reaktion gezeigt die ich habe alle ja das ist sehr gute idee in der die erste nicht im netter ja warum nicht klar verzaubert meinst du was ist das von vorteil ja dann findet erstmal lohn ja dann relativ schnell eine stadt und dann also fest und nahe also ich habe diese lage im netter nein ja das ist also ich bin übrigens ein level 10 falls sie irgendwas verzaubern wollten aber ich bin der 8 level 12 der wittig für die team miete so obsidian für den zaubertisch haben wir schon mal ich brauche noch ein paar mehr tu das ich hole noch was coole als ob wir dafür nicht mittlerweile genug hätten meine aufnahme es wurde wieder gestoppt du kannst das gefühl bei mir läuft ganze zeit das gleiche lässt du lieder im hintergrund laufen ich auch ich bin ich finde die wahrscheinlich später zu wecken wo nehmt ihr die musik her um du kannst mal um unser kanalbeschreibung gucken du kannst unsere kanalbeschreibung gucken da habe ich einige hintergrundmusik hersteller verlinkt jema frei nehmen ja das soll ich immer machen aber was ich jetzt gerade zu laufen habe ist aus der youtube audio bibliothek okay ja weil ich würde auch gern ein bisschen musik hier hinter schalten und deswegen ja die kann ich ja geben oder downloadings geben katzebeats zum beispiel ich habe das immer bei kastibeats habe ich immer nachhinein im reingehauen hinter kastibeats ja ich mach mal kurz ne kiste ne ich habe noch zwei kisten wo seid ihr denn ich sehe deinen namen ich bin jetzt in riesen höhle ja ich habe noch ein bisschen angst du hast noch ein bisschen sehr viel lava finde ich ja ich habe die gerade ausgebaut ja okay moment das ist gendut ähm wo bist du irgendwie das gefühl meine aufnahme läuft nicht mehr tut sie ja war haben sie ja keine zahlen oder sowas irgendwo stehen ach da oben ist eisen wacht da kurz wir nehmen ja schon 38 minuten auf stabil zwei folgen ich würde sagen wir machen nur zwei stunden habe ich gehört ja ja wir nehmen durch auf irgendwo ist gerade etwas explodiert ja bei mir sonst fehlt es zum reichen so wasser weg macht aber richtig spaß man will gar nicht aufhören ich finde wir sollten aber langsam mal irgendwie noch wieder nach oben und ein bisschen die festung ausbauen oder ja ich hab den ähm es fängt gerade der neue tag an was ja das könnten wir durchaus ausnutzen wollen wir eine uhr bauen oder finden wir das unnötig äh wir haben eine uhr oder ich hab schon eine uhr ja okay die uhr ist eigentlich ganz geil und ein kompass oh das ist stabil das ist stabil ja danke ah die ersten hören schon auf boah ist so kurz gell ja ist ja erst 38 minuten okay so wollen wir den spawnen na gut spinnen sind echt n bisschen doof ne wir rennen hier mal durch zu den ganzen Minuten äh was schaltet ihr das heute alles am einen tag oder ja okay ja klar das ganze das komplette forest games ich mach wir machen wir an einem tag fertig ja das ist doch ein projekt was wir äh das können wir doch von Anfang an das steht doch in den Regeln natürlich es ist doch nein das hat mich nur noch einen tag ja heute endet das ja heute endet das heute endet das ja es sind noch einige drin wie man sieht ich bin ihm heute noch eine Folge glaube ich oder glaube ich oder geht es nicht bei mir hat irgendwie wieder ein bisschen da muss ich mich nicht das sieht gut aus glaube ich nee doch nicht bei mir leckte es einmal um ihn nur ich hatte gestern mit jesslinger zählte ja und der sie weil sie war so komisch drauf weil sie dachte ich bin ähm so ein hater oder so von ihr gewünscht ja wie viele abos hat die denn aber weiß ich gar nicht ähm 75 oder eben irgendwie sowas in den dritten die hat auf jeden fall mehr verdient das ist eine richtig gute richtig gute squamish tv könnt ihr ja mal bei youtube eingeben könnt ihr mal vorbeischauen könnt ihr ja mal verlinken das vergesst du später eh wieder ja das ist echt so doch doch ich glaube die ist bei uns auf der rechten seite auch verlinkt es kann sein hey hey gendut du auch du bist bei uns auch verlinkt echt ja du musst bei mir auch mal mal ok dankeschön wie du hast uns nicht verlinkt hier noch nicht ich weiß auch nicht ob ich das verlinkt habe aber ich mache eh nur noch für den kanal deswegen ist das eh gut ich bin diesmal glücklich ein bisschen ein bisschen noch steinzeit boah ich sollte mal langsam zurückgehen ich bin keine ahnung irgendwo am arsch der welt gerade du leckst maio leckt wieder rum ja wohl gesagt wieder mal in der ender gegen folge sag mal welcher profi hat hier eigentlich das genau hier vor dem baum gebaut was denn guck dir das machen alter haha geil das war bestimmt maio ich werde ich mit dir und wieso machen sich alle was aus dir ist nur ich nicht wie ihr habt schon was aus dir ist ist das euer ernst ja nicht machen sich alle was aus dir ist ey gibt mir auch mal was ihr könnt mich dann alle mal ich hab ich hab ein dir äh ist das euer ernst ihr verbraucht eure Bühne die beiden vier hätten wir echt super für den Verzauungstisch gebraucht ich wollte gerade sagen ich hätte ja erstmal ein Enchantment themen also ich hab noch schnell vier gesichert hat er sich eindeutig ach das ist doch nicht wirklich ja echt der braucht Mario ist gut Mario hör mal auf zu lecken alter zu lecken 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 kann ich auch oh ich hab einen Bogen lustig äh sollen wir eine Enchantment table bauen haben wir noch Vias also ich hab keine äh ich hab keine mehr ich hab noch einen oh Leute ihr seid deutsche Profis ne wir brauchen nur drei oder nein zwei zwei wer von einem Buch und ich hab schon Zuckerrohr ne wir brauchen zwei insgesamt brauchen wir zwei aber wenn du noch eine hast brauchen wir noch einen das Obsidian haben wir schon ja Junge hör doch auf dir sowas unnötiges zu machen Was denn? Goldhelm ist unnötig Goldgefühl schnell kaputt hat er sich nen Goldhelm gemacht Alter du bist du mein Arsch alter ja was denn? denk ans Team für was anderes Geld äh Gold auch fast nicht nutze so hier ich mach jetzt mal ein bisschen schöne Inneneinrichtung her Alter LOL GENDUD wie geil war das denn bitte vor allem da kommt einfach so ein GENDUD von oben runter es ist Jesus wo seid ihr? äh oben wir sind alle oben ach soo zeig mir das ist der einzige Idiot der nach uns so da ist noch einen ach so alter Leute dieser Eingang ist so kacke naja da tu ich auch Leute was rein was? was? im shift war das genau ne 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 den dir tu ich ja nicht rein ich vertraue euch vor allem nicht dem Nico hier vertraue ich schon mal gar nicht du hast die Dias direkt für alles verpulvert und das Gold auch ey gar nicht das Gold hab ich mich selber erfarmt du Bongo ja ja du kannst nicht mal ich hau mich gleich ja so willst du dich mit mir anlegen? Junge komm daher vor allem Kampf wie vorhin ja hör auf fuck you ok komm wir hören weiter auf wir hören weiter auf ok gut green 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 hier also ich müsste das nur zur Selbstverteidigung und du ok ah hier ist schwein ich hab hunger ah apropos schwein ja hauptsache zwei Chess Chess ich bin oben ich hab's geschafft den 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 hab der eigentlich die Minecraft Musik ja selbst ausgeschaltet jo ja äh wozu ist dieser Zaun gut? das frag ich mich schon von Anfang an ähm damit damit keine Zombies rankommen und uns die Tür aufbrechen ja weil Zombies ja auch nicht anders da rankommen ich demonstriere es dir mal kurz so ich bin jetzt ich bin jetzt nur die Wege eines Zombies gegangen und ich bin drin na obwohl ne tatsächlich nicht der Zaun blockiert nicht weil Zäune können die nämlich nicht aufmachen ok ich hab nichts gesagt äh doch du hast gesagt dass es nicht geht haha an how seh u fa so hat sich schon jemand kühl gesehen wo wollen wir mal ein Feld anbauen vielleicht ehhh tun dir geh mal rein black ich sehe gerade ein Schwein ham wir noch Essen ich hab noch 6 äh ich hab noch 6.7 Schweine j�� ward sehr gut aber ich nehme jetzt auch nur noch maximal 20 minuten hinten ist ein großer berg aus stein der große b er ist nicht cool sich ganz oben drauf irgendwas zu bauen nein weil es da alle sehen ich habe irgendwie so ein der witz oder sowas wir können ein riesiges gh drauf bauen du hast Hunger ja ich hab Hunger ja hast du essen ich hab ich hab essen dabei komm her ich hab dich nicht geschlagen du hast mich geschlagen ich bring dich um danke also ich habe nur noch ungebraten das bringt nichts Screenshot ok das sind die Koordinaten von unserem Haus 142 also X und Z sind 497 also ich frag dich nur mal wenn ich mich verwirrt habe ha ich habe es vor dass das Schwein zu töten du ach so ich wollte dem Fluss entlang ich wollte jetzt Zuckerrohr suchen natürlich darfst du das vor mir weil ich keine Pfeile mehr habe eine Zuckerrohr habe ich schon ich habe sechs stück kann ich dir geben können wir anpflanzen ich fand es einfach mal direkt bei unserem Haus ein ich habe gerade noch mehr gefunden ja das ist super Ding da hinten ist sogar noch mehr egal ja ich hab es bei uns angepflanzt ey wir haben jetzt gerade ein Stack Eisen die Aufnahme wurde wieder gestoppt ja das Problem das Blöde ist daran du weißt nicht wann die gestoppt wurde oder kriegst das immer sofort mit ich krieg das immer mit wenn die gestoppt wurde dann wird mir immer aufgeblinkt ach so ok machen wir noch ein oder zwei Aufnahmen zwei Aufnahmen ne 20 Minuten oder was ja macht 20 Minuten draus also ich mach nur eine ich ich weiß nicht also ich will noch maximal bis viertel vor aufnehmen ja wir machen einfach nur was passt schon ich meine ich mach doch auch nicht später ganz viele kleine ja ganz viele kleine Parts ja sorry das ist bei mir automatisch ja ich schäme dich jetzt muss das mal raus schnell du ehrlich mal natürlich aber ich schätze das nicht raus nur du ich mache ich mache jetzt extra so ein Piep rein genau Piep lol kommst du denn her Mario ich vom Bauch Mario Starza was nix was schön ey wir sind umgeben von Bergen ey mal wer könnte man voll geil oben drauf bauen du geh wo ich gerade bin meinst ne ja ich glaube ich weil die hat man einfach die geilste Übersicht ey mal ganz kurz hat nicht einer schon ein Bett weil dann können wir alle schon mal ein Bett äh ja Vielen Dank.